Oh Gott, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen nun, dass Berlin unter Artilleriefeier liegt. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ohren haben. Das sind ja nur zwölf Kilometer bis zur Strecke. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufringen.